Ich sehe ja meinen Charakter so nicht. Nee, du bist ein Cowboy. Hä? Hä? Achso. Wo sind die jetzt? Ich bin Cowboy Dodo. Und ich bin Cowgirl Gabi oder was? Das war jetzt ein Insider. Achso. Du, die Fässer explodieren hier. Guck. Ja. Habe ich mitbekommen. Müssen wir hier hoch? Da ist die Pistole. Hä? Hä? Irgendwie müssen wir durch die... Hä? Nein, irgendwie durch die... Können wir hier hoch? Nein. Hä? Wir sind gefangen. Im Spiel. Wir können doch hier durchgehen, wo ich schon dreimal dran vorbeilau gelaufen bin. Wo war dreimal dran vorbei? Na hier. Wo ist hier? Wo es knallt. Hä? Hast du gehört? Ach hier, ja. Äh. Das ist bloß ein leerer Raum. Hä? Ach hier. Ich geh da nicht rein. Die haben alle Mundgeruch, das hör ich schon. Äh. Äh. Die Schlafftablette hat einen Mundgeruch angeübelt. Äh. Uah. Ich mach das jetzt mal auf die professionelle Art und Weise. Wieso? Einfach nackt auf die Gegner zu. Hä? Hahaha. Gibt es eigentlich auch so eine Art Vorrechtsschichte? Warum? Nee, eigentlich ist es nicht. Naja, die Vorrechtsschichte sind wahrscheinlich die ersten beiden Teile. Denk ich mal auch. Ich hab doch gewusst, da steht noch was. Ach so. Was ist das? In den ersten beiden Teilen landet man eben in der Wüste und da sind dann diese Aliens. Und die sind nicht lieb. Soweit ich mich erinnern kann, das ist schon lange her. Seit wann sind Aliens denn geliebt außer E.T.? Keine Ahnung. E.T. war auch nicht als lieb geplant. E.T. war geplant. Kann auch was mit der ägyptischen Mythologie zu tun haben. Weiß ich nicht. Nee. Spielt ihr in Ägypten? Ah, ah. Also das ist hier nur vorgeplänkelt zum richtigen Spiel. E.T. hätte sich damals Smartphones gewünscht. Na, damit hätte er auch nicht nach Hause telefonieren können. Steven Spielberg hat eigentlich geplant, dass E.T. ein böser Zoll im Witter die Menschen auslöschen würde. Dann hat er sich aber doch umentschieden und hat einen Familienverlust gemacht. E.T. das war eine falsche Entscheidung. Es gibt auch E.T. das Spiel davon. Das wurde irgendwie 10 Millionen Mal gemacht. Lusknackerschuss. Das wurde auch irgendwie 10 Millionen Mal gemacht oder so und hat sich Hammer wenig verkauft. Und das geht eben von Mexiko, vergraben die ganze Zeit. Ja, da gibt es ganz viele Spiele. Ja, das stimmt. Und zwar von Atari war das, ne? Da wollen sie jetzt mal nachbuddeln lassen oder so. Hier komme ich nicht hin. Oh, ich werde hier gerade umgebracht. Habe ich auch gehört. Oder was von gehört. Was hast du denn? Das sind doch nur so ne komischen Arschaffen. Arschaffen, ja. Arschaffen, die mich schaffen. So, und der Arschaffen hat kein Auge mehr und damit beschmeiß ich dich. Ach so, da stand noch so ein komischer Schrotflinten-Heini-Popeini neben mir. Der war gut, ja. Oh, ich bin mir nicht ins Ohr. Das kann ich nicht ab. Was denn? Hast du schon wieder eine Grundstute am Ohr oder was? Ich komme dahin. Hier kommt man immer noch nicht. Ey. Diese Knochen, Leute. Oh, da kommt was Großes wieder. Guck mal, wir haben einen großen Freund wieder da. Wie bist du denn da hingekommen? Hier kommt man doch gar nicht hin. Boah. Verstehe ich nicht. Vorsicht, der Große. Hier sind übrigens zwei davon. Die halten aber nicht so viel aus wie der erste, oder? Na, glaube ich noch nie dran. Boah. Da ist ja immer schön Deckung. Hä? Von wo? Da sind zwei, habe ich gesagt. Ja, sehe ich auch gerade. Du hast mir aber nicht gesagt, wo der zweite ist. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe dich ja nicht gesehen, dann kann ich ja nicht sagen, wo wer von dir ist. Boah. Du hast gesehen. Scheiße, ey. Ich brauche unbedingt extra Lives, sonst ist es jetzt gleich vorbei hier. Wie lachst du denn noch? Ich habe das letzte Leben. Warum braucht ihr mehr extra Lives? Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich auch noch nicht. Ja, ich bin nun mal der Aufopferung würdig. Ja. Sehr blutig. Man kann die schlecht orten, ne? Mhm. Da hilft einem das Zaraute-Z auch nicht. Ja. Ja. Alle sind schnell. Nicht ins Schussfeld laufen, Henry. Ich sehe uns nichts. Nachladen. Wer hat's aufgesammelt? Ich war's nicht. Ich habe einen Schatz aufgesammelt. Mehr habe ich auch nicht. Und ich habe, bei mir steht oben eine 3 bei Leben oder was das da ist. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Oh. Was soll ich voll gerade sagen? Wo seid ihr jetzt hingegangen? Ich war gerade stattdessen. Ich sehe euch nicht mehr. Warte. Hier. 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 Ach, ihr seid zurück noch zurück gewesen. Drückt mal auf die Taste 4. Hört ihr denn auch was? So komischen Ton. Ja. Hier geht's jedenfalls nicht weiter. Ich bin hier gerade im Haus hochgegangen. Ach ja. Hier. Hier. Hier kann man rum. Genau. Nein. Das wäre ein großer Scheiße. Oh, kacko. Nicht ohne Leben. Ist nicht nur ein großer. Es sind drei. Zwei oder drei. Ich sehe zwei. Der schießt aber in Intervallen. Die eine ist weg. Besser ist der da. Einer ist noch. Boah, nein. Jetzt nicht noch solche dazu. Bitteschön. Hm. Wo ist dieser scheiß Bomben-Terrorist? Das ist ja ein dummes Vieh. Kann das auch mal umfallen? Jetzt. Wo ist der Bomben-Terrorist? Da ist gegen die Wand gelaufen. Der läuft bestimmt irgendwo gegen die Wand. Klar. Da liegt irgendwas. Ich würde das haben. Aber das ist... Vorsichtig. Die sind nachher irgendwo noch fallen. Ich habe Raketen gefunden. Die findet man nicht ohne Grund. Für einen Raketenwerfer oder so. Na ja, habe ich auch gerade gefunden. Ich habe auch schon stumm gewertet mit dir zwei. Wo hast du das gefunden? Ja, am vorigen Level. Ja, das musst du uns doch sagen. Rekos mit dir hergenommen. Da war so eine Tür, die habe ich aufgeklappt. Hä? Echt? Ja. Das war gleich am Anfang. Weil das ist ein Spinnenleben in dem Ganzen. Keine Ahnung. Ich habe hier einen Schatz gefunden. Ich habe nur die Spruchbünte. Ja, ich habe auch noch keine Sturmgewerbe-Munition. Ne, die habe ich glaube ich schon. Oh, ein Knochengerüst. So, wo müssen wir jetzt hin? Wie der Schatz gefunden. Ich habe übrigens 16. Wow. Hier hat doch schön wieder einer gegen die Wand. Achso, und du hast ihn gestoppt. Das war zu höher. Um euch zu gucken, muss hier einfach der Blutspruch folgen. Sieht ganz so aus, ja. Warte mal auf Henry. Der ist doch schon da. Ja? Na, dann ist gut. Das wusste ich nicht. Oh, da ist wieder so ein großer. Echt? Den mache ich kalt. Oh, mache ich doch nicht. Ich gehe weg. Kommt der, der kommt, der kommt da nicht durch. Zum Glück, der kommt nicht durch. Der ist zu doof dafür. Wir hätten das jetzt wieder gefunden. Ich habe auf den Gegner geschossen und habe es bekommen. Oh, ich habe jetzt 5. Da steht. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Verdient man sich durch Tode der Gegner extra Leben? So. Möglichkeit besteht, wa? Ja. Verdient man am Leid anderer. Genau. Böses Spiel. Verwerflich und unmoralisch. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich habe einen Schatz gefunden. Oh. Oh, der ist so ruhig. Rüstung? Was sagt die Zeit? Nö, nö, noch nicht. Nicht da, wo du bist. Wir können noch. Du musst alles absuchen. Alles. Das Level geht auch noch ein bisschen. Ja. Also, wenn ich von den Gegnern auf dieser Welt ausgehe. Davon kann sich ausgehen. Die haben wir schnell kaputt. Naja. Wir haben 122 und 338. Oh, hübsch. Hier freue ich mich drauf. Oh, wie soll ich den da oben treffen? Schrollplattpatronen mit der Pistole. Geht doch. Ich habe einen extra live. Ich auch. Oh, guck mal. Hier hinten in der Ecke. Hier ist ganz viel Munition. Ja, ich weiß. Hier hinten auch an den Containern. Das ist auch nicht ohne Grund. Ja, es geht. Genau deswegen. Die Schrollplinte ist hier ganz gut übrigens. Bei den Viechern. Wenn man die richtige Stelle trifft, fallen die gleich auseinander. Die richtige Stelle ist oben die Rübe. Ist ja alles nicht ohne Grund. Hier ist viel Platz. Für ganz viele Gegner. Da geht es doch schon los. Ist aber einfach. Ja, noch. Einfach aufballern. Genau. Wo ist Shogo? Schade. Ah. Die schmeißen so eine verbundene Metallkugeln hier. Die Viecher. Müsst ihr aufpassen. Verbundene Metallkugeln? Es wird ruhig. Das war noch längst nicht alles, glaube ich. Nein. Das geht noch eine ganze Weile so. Da kommen auch noch ein paar andere lustige Gesellen, glaube ich. Ich vermisse hier noch so einiges. Da, die meinte ich. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Scheiße, daneben. Au, reingelaufen. Boah. Die sind schnell, ne? Ja. Die Schrotflinte bringt eigentlich nur was, wenn man direkt davor steht. Ja. Und das ist auch noch nicht hundertprozentig. Nee, nee. Da muss man auch noch die Rübe treffen. Oh, da war ja einer neben mir. Oh Gott, wie das drauf. Zu viel Schwarzpulver in sie geben. Ich muss nachladen. Wenn ich meinen Faden voll zerbrenne, mache ich einfach drauf. Eigentlich gar nicht drauf. Ey, Alter, was ist denn hier los? Ja, man hat manchmal so eine Phasen. Das taktische Rückzug ganz gut. Nein, nichts von Rückzug. Nachladen. Meine Waffe ist schon ganz rot. Meine gar nicht. Ich treffe ihn aus der Entfernung. Sieht gesäubert aus. Lass mir mein Auge. Da hast du es. Da. Oh, daneben. Scheiße. Da cool er jetzt. Der hat gesessen. Hallo, Freunde. Willkommen in unserem Paradies der Bombenterroristen. Ja, die sind ja schon alle weg. Jetzt sind die normalen Unterfahrtschein. Ja, jetzt sind die anderen Kaschwuppen. Die haben voll die Reptilien auch in diese fette Möhe. Aua. Komm her mit deinem Diablos-Schädel. Ja, eine Kuh. Hey, sieht ja aus wie mein Haustier. Dann würde ich so nicht sagen. Es geht auf alles, was sich bewegt. Aber auf Elvis würde ich auch gehen. Also das... Oh, das sind ja noch mehr Freunde. Wo ist er hin? Die Geräusche. Einmal um den Container bitte rumlaufen. Erstmal einen Gegner wegmachen, bitte. Einmal um diesen Container rumlaufen. Da liegt noch was. Oh, ein Lüftungsgitter. Bei Batman könnte ich da jetzt rein. Wo sollen wir jetzt hin? Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Ein Völklein ist um. Ja, denn hier ist eine gute Stelle, um eine Pause zu machen. Weil so ruhig ist. Ja, aber das müsste eh bald vorbei sein. Ja, er rennt wieder weiter. Ja, lass das jetzt durchziehen hier. Nee, das ist nicht vorbei. Ich weiß, dass das jetzt noch länger dauert. Naja, müsst ihr durch. Also ich kann mich hier dran erinnern. Ich hab das Spiel ja schon... Äh, hier ist ein kleiner... Jetzt hab ich mal einen gefunden. Naja, auf den ersten. Den hab ich mir gekrallt. Nee. Ich hab ein Mixer Life bekommen. Ich auch. Ich glaub, wir kriegen das immer alle. Wäre logisch. So. Ach hier, guck mal. Freunde. Ich hab auch so'n Ding. Was machst du denn mit denen? Wer macht was mit wem? Na, das sah so komisch aus. Geh weg hier! Als ob du vor ihm stehst. Nö, nö, nö. Und dich mit ihm unterhältst und ihm Feuer gibst. Hey, Navi. Der hat doch gar keinen Maul. Wie soll der rauchen? Der raucht aus dem Arsch. So wie du? Ja, ich bin preisgekrönte Arschraucher übrigens. Falls ihr das noch nicht wisst. Vielleicht wollten wir das auch einfach. Ja, du weißt auch. Ich lege ganz, ganz viel Liebe zum Detail mit ins Let's Play hinein. Hört ihr das? Jetzt kommt wieder düff und da kommen sie alle. Ich hab, schätzen, eine Pistole gefunden. So, da oben kommt was runter. Wo hast du die Pistole gefunden? Henry? Henry, das ist ja anfangs. Weil du sagst, du hast die Pistole gefunden, habe ich ihn verstanden. Nein, ich habe... Also, ich habe Wert und... Ich hab zwar mal noch nichts verstanden, aber ist auch egal. Ich laufe hier mal die Gänge lang. Von da sind wir gekommen. Hier ist es schön kühl im Schatten. Schön, dass ihr wegrennt. Nein, ich bin doch hier noch... Wir sind alle noch auf dem Gelände. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich renne hier nur mal die Gegend ab. Oh! Wo ist er aber gut jetzt hier? So, ich bin gestorben. Mach doch sowas nicht. Ich bin schon wieder gestorben. Mach doch sowas nicht. Faxen-Ticke, jetzt verstecke ich mich. Mach doch sowas nicht. Wie viele Leben hast du denn noch? Vier. Na, nicht mal die jetzt so allgemein. Also, wie oft wirst du noch wiederbelebt? Viermal. Achso. Und dann ist das Let's Play vorbei. Dann ist er raus aus dem Spiel. Aber mir geht es inzwischen auch nicht mehr so gut. Na, ich habe auch nur noch 17 Hertz, aber ich würde noch achtmal wiederbelebt. Du hast 17 Herzen? Wie viele Gegner haben wir denn noch? Bis keine mehr kommen. Reicht das? Nicht mehr viele. Fünf Stück höchstens. Vier. Die Ladezone ist sicher. Wir sollen hier raus. Darauf ein Duser-Döck. Ein was? Da kam der Duser-Döck. Shit. Da oben sterben seine Freunde. Shit. Oh. Mega-Shit. Scheiße. Ich habe doch gesagt, das ist noch nicht vorbei. Naja, aber gleich. Nö. Mir glaubt man ja nicht. Oh, ein Freund. Sieht ja freundlich aus. Yay. Ballet in down. Down. Seht ihr den weißen Balken? Das ist seine Energie. Ich bin gestorben. Ja. Ich noch nicht. Ach nee, du bist noch nicht gestorben. Nein. Überhaupt nicht. Ja, ich bin am längsten überleben. Aber ich habe auch nur noch 400. Jetzt hat er mich mal getroffen, aber er mich nicht umgebracht. Wenn er mich einmal trifft, bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ja, du. Es ist sehr unkreativ, wenn man unter ihm spawnt. Ja. Oh, vier. Vier. Oh. Kriegt ihn endlich tot. Ich will hier nicht sterben. Hat man eigentlich sowas... Was ist jetzt los? Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Hä? Warum bin ich... Ach. Was war denn das jetzt hier? Geh doch dran drauf, scheiß Opfer. Oh. Ich glaube, wir haben ihn geschafft. Ne, ich war eben in einem ganz anderen Menü. Deswegen, das hat mich ein bisschen verwundert. Ich wollte gucken, ob man Granate werfen kann. Was ist dein Schuss? Extraction hat verloren. Wiederholen, Extraction hat verloren. Der Verbruch ist tot. Gott, verdammt. Okay, secure die Crash-Site und save den Piloten. Weitere. Roger das. Keep me posted. Und das werden wir machen in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.